Also wenn Frau Baerbock da mal eben auf offizieller internationaler Bühne sagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, da muss man sagen, nein, wir kämpfen, wir sind nicht im Krieg mit Russland. Wir helfen der Ukraine bei der Selbstverteidigung. Also den Unterschied sollte eine Außenministerin kennen. Ein seltsamer Lapsus für die oberste Diplomatin allerdings. Ja, so wird es ja verkauft. Es ist übrigens gut möglich, dass sie das gar nicht sagen wollte. Sie hat es aber gesagt. Es ist eben der Unterschied, ob ich auf irgendeinem Parteitag in einer Turnhalle in Puzzlemuckel was runterhaue oder ob ich mich auf internationaler Bühne bewege und jedes Wort hohe Wellen schlagen kann. Das ist sozusagen gehört mit zur Arbeitsplatzbeschreibung von Inhabern öffentlicher Ämter. Pass auf, was du sagst.